Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Lag. Na, let's play Mua. Mua. Du bist dran. Mua, achso ja, Minecraft. Hexit natürlich. Juhu. So, ähm. Ich wollte gerade fragen, der Pfeift ist das so. Mhm. Mein Handy, ja? Mein Handy. Vögel vielleicht. Ja, ohne Witz, das Pfeift hier gerade bei mir. Wie Pfeifen. Ja, wie ein Vogel. Ja, weil das hier Hexit ist. Hier ist ein Vogel draußen. Ja, da war was. Trottel. Es ist übrigens Folge Hexit Nummer 14. Echt? 14. Ja, drei haben wir letztes Mal aufgenommen. 14? 14. Boah. Sicher, 14? Ja. Bist aggressiv. Nö. Aber es ist Folge 14. Jop. Ach, halt's Maul. Ähm. Eine spezielle Essenskiste haben wir jetzt nicht, ne? Oh, haben wir wohl. Das war für die Frage. Ah, jetzt weiß ich endlich, warum du mich geschlagen hast. Oh. Na, jetzt fühl ich mich voll angegriffen. Ganz auf wenige. Haben wir nur irgendwo Fackeln, ne, oder? Mein Bizeps brennt. Was? Fackeln haben wir nicht mehr irgendwo, oder? Bist du welche machen? Ja, dann mach ich halt welche. Hm, ja, wenn wir Kohle hätten. Robin, gibt's Dix der? Ich mach Fakker. Ich mach schon. Ich mach schon. Ich hab Kohle, ne? Mach keine Sorge. Ja, ja. Kann schon sein. Ich hab auch welche, so. Wir brauchen Sand. Wir brauchen Sand. Jep. An such dir welchen. Ich weiß, wo ich auf jeden Fall wieder hingehe. Äh, ne, doch. Ich wollte dich fragen, ob du mir mal helfen kannst. Näää. Okay. So, folgendes. Warte, ich mach mal kurz hier Treppen. Kunde. So. Noch mal ein paar Treppen hier machen. Hey. Entschuldigung. Werden wir mal nicht aggressiv hier. So, guck mal. Mein Finger ist ausgerutscht. Eins, zwei, drei, vier. Vier mal Treppen. Hilfst du jetzt mir. Wobei? Du kommst da raus. So. Und zwar. Wir müssen mal da hoch. Ach du Scheiße. Sache ist die. Wir müssen da hoch. Na, Sache ist die. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ja, lass mal gucken, ob wir irgendwie hochbauen. Ach ja. Und zwar, äh, ja. Aber hier aus dem Wald. Also, dass wir hier so ein... Warte. Baust du mir die Treppen hinterher eigentlich? Oder geht das klar? Geht vollkommen klar. Perfekt. So. Gerade geht's hier. Aufnahme von Let's Play Minecraft Texte. Haben wir schon gesagt, aber auch gut. Ich wollte es eigentlich nur mal ansprechen. Ja, klar. Ja, ich denke, weil die Leute wissen, dass es kein, äh, Daisy ist. Hm. Wann sie? Geh ich mal von aus, ja? Nichts? Glaubst du nicht? YouTube-Zuschauer war doch immer das, äh, Klischee, dass sie total dumm und doof sind. Echt? Äh, keine Ahnung. Das ist Internet. RTL. Okay. Na, stimmt, stimmt. Ja. Das ist typisch RTL. Deswegen, naja. Deswegen hab ich jetzt mir das dahergeleitet. Ja, klar. So, jetzt hab ich falsch gebaut. Yay. Guck dir mal vor. Bisschen. Das wird noch hier schön gemacht. So. Ja. Guck mal, hier muss jetzt die erste Treppe rein, also so. Zack. So, jetzt geht's hier weiter. Baust du mir hinterher? Mhm. Ja, ich wollte nur die beiden machen, damit du weißt, wie ich das Bein. Nee, blöd. Sicher? Hundertprozentig sicher. Fünf plus neun. Mit dein scheiße Aufgaben herkommen, geh weg, ey. Wohin? Da, wo du herkommst. Asien? Asien? Oh. Hast du normales Salz mit? Nee, ne. Hast du mir das gegeben, weil ich hier ab? Männisch. Gut. Hier kommt nämlich normales Salz dann rein. So, das heißt, wir müssen hier die nächste Treppe wieder haben. Ja. Stand's im Weg. Bei mir ist der Finger ausgerutscht eben. Mir nicht. War extern. Verstehe. Kannst du mal von der Stufe hier runtergehen? Ich will hier jetzt eine Treppe machen. Bin noch schon weg, ganz ruhig, Kollege. Danke. Noch eine hoch. Halt die Schnauze. Warum nicht? Warum? Madomini. No. Ich hab gesagt Madomini. Madomini. Madomini, ähm, jetzt auf Deutsch bitte. Madomini. Oh. Kannst du hier das noch einen weiter weg machen? Hier die Dinger da. Aber nur bis da. Ja. Okay, so hab ich das gebaut, okay. Thank you. Wo? Ver-thank you? Thank you. Ja, ver-thank you. Ach, als Maulu. Was? Haben du was so gesagt, du? Ich machu das, du. Die Schnauze. Geh weg, du. Geh weg, du. Geh weg, du. Warte. So, hier das mach ich schnell. So, gucken. Jetzt haben wir hier ne schöne. Geh weg, du. Weee. Treppe. Doll, ne? Doll. Ja, find ich auch. Wenn wir gleich schlafen gehen, dann mal ab in dieses Dungeon-Ding da oder so. Das Dungeon-Ding, wo ich letztes Mal war. Ich hab keine Ahnung, wo du das letzte Mal warst. Ja, dann fürchte ich da hin. Du führst, ne, ich führe. Du führst nicht. Weiß ja gar nicht, wo ich hin will. Das stimmt. So, ich lieg hier schon im Bett. Kommst du ins Bettchen? Ja, Schatz. Gott, no homo. Erinnert mich irgendwie an Folge von Minecraft Together. Hm, welche? Die, die wir eben aufgenommen haben, die im Februar? Äh, nö, keine Ahnung. Ja, die doch auch schon fast hier. Gibt auch schon fast im Februar, wenn du so mal überlegst. Na, die ist Ende Dezember. Ja, Ende Dezember. Anfang Januar. Okay, Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Nee, das ist die erste im... Januar, das ist ne Januar. Genau, das ist die erste im Januar. Richtig. Willkommen im neuen Januar. Weeeey. Heute. Gest ist zwar, warte. Neues Jahr. Januar fängt an am Donnerstag. Die kommt sogar. Heute ist neues Jahr. Wow, Wahnsinn. Ey, geil. Ja, eh. War geil. Wo ist neues, Leute? Fisch cool. Ey, hier ist... Fisch cool. Fisch cool. Fisch cool. Wat? Wo? Kommst du ins Bett? Rottenfesch. Rottenfesch. Na, kümm batz. Ich halte mal kurz die Klappe, bitte. Okay, ich halte die Klappe. Für wie lange soll ich die Klappe halten? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Das geht aber nicht klar. Ich habe Brot. Er hat ein Knall. Brot, das Gummibrot. Mit diesem Gummibrot. Kann weh nach. Gummibrot. Gummibrot. Menschen Gummibrot. What, what? What, what? What, what? Da, 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 da. Mecklenburg. Hier ist das Schlafsimmer noch besser abgetrennt. Das war auch klar. Direkt im Eingang. Ja, eben. Ne, jetzt. Boah, ich muss das trinken. Ich glaube, ich habe mich irgendwie erkältet. Hast du noch Diamanten? Ich habe mich irgendwie erkältet, weil ich habe nämlich Halsschmerzen. Oder fängt so ein bisschen an beim Schlucken, weißt du. Was ist das denn? Was ist das denn? Action-Lahn-Lahn-Lahn-Lahn-Wit. Papa 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 Kommst du jetzt mit? Warte ich muss Dix machen Wo brauchst du fix, äh Dix? Ich muss, machen auch Du musst, du musst was machen Ja, kannst du ja nicht verlaufen oder? Siehst mich ja hier oben Wer? Wo oben? Ja hier am Hügelchen Hü? Na rechts von dir Oh ich habe ja kein Dings drin Boah Robin, wo bist du? Hinter dir Wohin? Mann, an den Steinen hier Wir sind in einem Bergbiom Hm, 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 hm Ha, ha, ha Ja, hast du mich schon gefunden, wirst du? Hättest du gesagt das an den Steinen, war mir das klar? Ja ne, ist klar Klar wie Klosgrühe Klar wie Klosgrühe Darf ich mich mal Darfst du? Nö, darfst nicht Was auch immer du wolltest Darf ich? Dich heilen? Nein Okay Achso, mich heilen Du hast ja jetzt Pech, wo bist du? Hier an dem Schwein Ah Warum bist du so pink? Ich bin witzig Spritzig Übrigens, in drei Minuten müssen wir aufhören Schon wieder, meine Fresse 13 Minuten folgen Wahnsinn Ne, 10 10, wir sind schon bei 11 Minuten, du Horst 12 Minuten Ja, dann hören wir jetzt auf, oder? Ja, vor dem Teil hören wir auf Ja, genau Achso, du willst da hin Ja Genau, da ist erstens noch dieses Haus Und zweitens noch so ein komisches Burgding, wo ich drin war Da ist noch ein Stückchen weiter dahinter Weißt du? Ja, ich weiß Ja, ich weiß unter der fliegenden Insel Ja, dahinter Also weiter Ja, wir laufen jetzt unter der fliegenden Insel durch Genau So sieht es aus Ja Jo Zum Glück leckt es heute mal nicht Diamanten Oh Oh, es leckt auch Ich wollte es gerade sagen Ich habe vier Diamanten Gut, sehr schön Du, wie oft bist du jetzt hier vorbeigelaufen? Fünfmal? Und du hast die Diamanten nicht gesehen? Blindfuchs Jo Das war ganz ehrlich Sehe ich genauso Ich habe die einfach nicht gesehen Ich habe die einfach übersehen Tut mir leid Da war ich letztes Mal Da sind keine von den Viechern mehr Keine Sorge Hinten kannst du hoch Da oben Warst du da hinten in dem Turm? Nein Lass mal da reingehen Ja, können wir nachher machen Warte, aber lass erstmal die Welt laden Leckt gerade bei mir Den Turm habe ich nämlich gar nicht gesehen Aber hier ist glaube ich noch mehr drin Ich habe nämlich nicht alles mitnehmen können Ja, egal Lass erstmal in das Ding hier rein Hast du es schon gelesen? Hm? Hm, hm Haben so Es kann sein, dass ich 18.30 Uhr schon komme Hm Ja, da kann ich nicht Wir haben auch so genug Folgen Ja, bis jetzt ja Hm, hm Oh, das ist eine Spinne Ich muss was futtern Ich überlebe das eh nicht Das weiß ich jetzt schon Aber dafür bewenden wir die Folge in einer Minute Weil dann haben wir nämlich 15 Minuten Leckt gerade bei dir Ja Bei dir auch Kannst du ja mal zu mir kommen Hier steht gerade eine Spinne vor mir Ich bin vor dir Oder hinter dich Du stehst immer noch an dem komischen Ein Block bei mir Hier wurde die Ne, ich bin vom Server geflogen Jo Das war's Das war die Folge 14 von Minecraft Hexet Jo Tschö Tschö Butter Graz Butter 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 Musik